122030. Was könnte sich dahinter verbergen? 122030 soll eine Plattform auf Zoom sein für alle, die sich entweder für Kleingruppen oder Hauskreise interessieren oder die diese leiten, die in ihren Gruppen einfach weiterkommen wollen. Aber auch wenn jemand ganz neu einen Hauskreis beginnen möchte, er ist herzlich willkommen. 122030, das ist eine Plattform auf Zoom. Das Vorgehen ist ganz einfach. Sie melden sich per E-Mail bei uns an und dann bekommen Sie die Zugangsdaten zugeschickt. Und dann treffen wir uns. Und wie läuft ein solches Treffen ab? Das ist ganz einfach. Nach einer Ankommensrunde wird es einen kleinen Impuls geben, ein Input oder einen inhaltlichen Teil. Dann können die Fragen dazu gestellt werden und im Anschluss reden wir über das, was Sie noch mitgebracht haben. Man könnte jetzt noch zu 122030 die Zahl 72 dazu fügen. Das wäre eine biblische Zahl. In unserem Fall ist es eher die Länge von unserem Treffen. Eine starke Stunde wollen wir uns Zeit nehmen. Wir, das sind die missionarischen Dienste der Evangelischen Landeskirche in Baden und das sind die missionarischen Dienste der Evangelischen Landeskirche von Württemberg. Ich bin für Baden dabei. Mein Name ist Peter Bauer. Ich bin Gemeindediakon bei den missionarischen Diensten und Kleingruppen und Hauskreise fällt unter anderem in meinen Arbeitsbereich. Dabei ist auch Markus Munzinger. Mein Name ist Markus Munzinger. Ich bin Diakon bei den missionarischen Diensten in Württemberg und wie der Peter Bauer in Baden auch zuständig für Kleingruppen und Hauskreise. Ich freue mich, wenn ihr zu 122030 dazu kommt und mal reinschaut. Natürlich können wir das auch gemeinsam entwickeln und ihr könnt eure Wünsche sagen. Ich möchte euch noch was zeigen, was mich sonst so beschäftigt in meinem Leben. Und zwar mal einen Blick ins Bienenvolkwagen. Die sind jetzt organisiert durch ihr Königin und die organisieren sich ja selber. Da wuselt es schön. Wie können so viele gemeinsam harmonieren, weil sie einen Plan haben? Und wie kann das im Hauskreis klappen? Das wollen wir miteinander erörtern. Also bis bald bei 122030. 122030. Warum dann diese Zahl? Ganz einfach. Wir wollen uns jeden Monat am 12. treffen um 20.30 Uhr. 122030. Warum machen wir das? Wir wollen, dass Hauskreisleiterinnen und Hauskreisleiter gestärkt werden. Wir wollen unterstützen. Wir wollen eine Plattform geben zur Kommunikation. Dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und dass so die Arbeit von jedem bereichert wird. Und wer weiß, vielleicht entstehen auch ganz neue Hauskreise. Wenn Sie Interesse haben, wie das geht, dann kommen Sie vorbei. Ich freue mich. Also am 12. des Monats um 20.30 Uhr auf Zoom. Ich bin gespannt. Und freue mich. Bis dahin. Liebe Grüße. Quando da. Es glued bei drinnen. Bis dann. Bis dann. Wauw. Was ist the perf bash.